Viele Menschen gehen nicht in exotische Länder, da sie Angst vor deren giftigen Tiere haben. Aber gibt es in Deutschland keine giftigen Tiere? Doch, aber keine lebensgefährlichen. Deshalb hier die giftigsten Tiere in Deutschland. Die Gartenkreuzspinne. Man findet sie in ganz Deutschland auf Waldwegen, Waldlichtungen, an Waldrändern und in Hecken. Der Biss einer Gartenspinne ist vollkommen harmlos, da es sich anfühlt, als wäre man von einer Mücke gestochen worden. Der Schmerz, wenn man das so nennen kann, ist also auch gleich wieder vorbei. Die Aspsisfieber. Diese Schlange lebt bevorzugt in Steinbrüchen. Finken kann man sie im südlichen Schwarzwald. Wenn man auf sie trifft und sie sich bedroht fühlt, rollt sie sich zusammen und beginnt das Zischen. Auch als Verteidigung kann sie die Zähne einsetzen. Ein Biss kann zum Anschwellen der Wunde, zur Atemnot und zu Herzbeschwerden führen. Das Beste in so einer Situation ist, die Ruhe zu bewahren und einen Abend aufzusuchen. Die Kreuzotter. Sie ist im norddeutschen Tiefland, dem Schwarzwald, der Schwäbischen Alb, dem Bayerischen Wald und in den Alpen zu finden. Die bevorzugte Lebensraum sind Heiden, Waldränder, Nadelwälder und Moore. Da das Tier sehr scheu ist, kommt es eher selten zu einem Biss. Wenn es dann aber doch mal passiert, schwillt auch hier die Wunde stark an und es können Atemnot und Herzbeschwerden auftreten. Auch eine Lärmung ist eine mögliche Folge des Bisses. Auch hier ist ein Atemnot nicht verkehrt. Die Dornfingerspinne. Sie ist auf Hochstauden, Waldlichtungen, Wiesen und Wegrändern im Saarland, Rhein-Main-Gebiet, Sachsen-Anhalt und Sachsen zu finden. Ihr Biss ist nicht ganz so harmlos wie bei der Gartenkreuzspinne. Da die Wunde sehr schmerzhaft ist und sich sogar dunkel verfärben und entzünden kann. Auch kann es je nach Person zu Schwindeln, Übelkeit und Kreislaufbeschwerden kommen. Einen sofortigen Arztbesuch ist auch hier empfehlenswert. Ansonsten ist der Biss aber nicht gefährlicher als ein Wespenstich. Der Feuersalamander. Er ist im Hügel und Bergland, in Baumwurzeln und totem Holz, aber auch unter flachen Steinen beheimatet. Unsere schwarz-gelben Gesellen sind im Erzgebirge sowie dem südwestlichen Bayern und im Schwarzwald verbreitet. Sein auf der Haut befindendes Sekret kann bei den Menschen ein leichtes Brennen auf der Haut vorrufen. Bei empfindlichen Menschen kann auch Übelkeit auftreten. Also gilt nicht anfassen. Auch gilt es Hunde und Katzen von diesem Amphibien fernzuhalten.